Der Jäger, der Köder, die Beute. Wie weit darf man gehen, um etwas zu bekommen, was man aus eigener Kraft nicht erreicht? Willst du, dass ich es mache? Naja, fahrt irgendwo miteinander hin und macht ein bisschen Rum, vielleicht. Lass ihn ein bisschen spielen. Ein bisschen spielen? Der Mann heißt Fred Moore. Wenn er seine Frau betrügt, ist ihm das sicher eine Menge wert, dass sie nichts davon erfährt. Ja, ich habe ihr alles erzählt. Wir machen mit. Ich bin bereit. Einmal in meinem Leben. Werde ich Wolf sein. Nichts ist verführerischer als die Versuchung. Aber manchmal kann sie auch tödlich enden. Dennis Leary. Terrence Stamp. Aitana Sanchez-Guyong. In Love Walked In. Tödliches Spiel.